In diesem Video möchte ich dir neben PPP und PPA, die du schon kennengelernt hast, ein weiteres Partizip vorstellen. Das Partizip Futuraktiv, kurz PFA. Und gleich gute Nachrichten vorab. Es ist ganz leicht zu erkennen. Und dekliniert wird es nach der AO-Deklination, die du ja auch schon kennst. Ich zeige dir im Folgenden, wie ein PFA gebildet wird, welche Übersetzungsmöglichkeiten es gibt und wie es im lateinischen Satz vorkommt. Danach gebe ich dir ein paar Beispiele zum Üben. Genug geredet, gehen wir in die Arena. Die Zuschauer applaudieren den Gladiatoren. Soweit alles klar? Aber wie geht es weiter? In diesem Satz taucht schon unser PFA auf. Kannst du es entdecken? Genau, es ist Intraturis. Die Form kommt von Intrare, etwas betreten oder hineinkommen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com